Leute, mein Name ist Reefaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video und heute dreht es sich um Dokkan Events. Wir haben zwei neue Dokkan Events, einmal für den LR Gogeta und einmal für den LR Vegeto. Wenn ihr das Glück hattet sie zu ziehen, was ich wirklich hoffe, dass viele von euch hatten, gibt es hier einmal The Ultimate Pair The Other World für den LR Gogeta und einmal hier The Ultimate Pair Present World für den LR Vegeto. Und zwar könnt ihr dort die Medaillen erfahren, die ihr benötigt, um sie eben Dokkan zu rechnen. Wir gehen heute in den Ultimate Pair The Other World rein und gucken uns den Gogeta Event an. Ich habe beide schon geschafft und wir machen beide, denn ich möchte euch zwei verschiedene Teams zeigen, mit denen ihr das machen könnt. Das erste Team ist einfach darauf ausgelegt, dass ihr eine Einheit nutzt, die bei dem LR, bei diesem Event euch Vorteile bringt und ihr seht hier ist es der Super Janemba. Er wird weniger Schaden von ihm bekommen und zusätzlich macht er auch mehr Schaden. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass es nur in den ersten drei Phasen gilt, bedeutet in der superphysischen Phase 1, 2 und 3, in der vierten Phase nicht mehr und die vierte Phase kommt aber erst in Super 2 zum Tragen, also machen wir das erste mit diesem Team. Dafür haben wir schon ein Team vorbereitet, ich muss gleich nur nochmal gucken, welches es war. Genau, ein Extreme STR Team und dafür bräuchte ich einen guten Partner und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich einen finde. Oh, da haben wir schon die ersten LRs. Ich werde hier wahrscheinlich einen kleinen Cut machen, denn bis man einen Partner findet, dauert das Ganze teilweise ein bisschen länger, gerade wenn man so einen bestimmten Partner sucht und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich finde einfach nicht den Partner, den ich finden wollte. Wer hätte das gedacht? Danke, Friends System von Dokkan Battle. Ich habe mir ein bisschen umdisponiert. Also das Team ist immer noch dasselbe und zwar wollte ich eigentlich ein Extreme STR Team mit dem Janemba nutzen, denn das ganze Event ist ja physisch, das heißt mit STR seid ihr im Vorteil. Ihr könnt auch ein super STR Team nutzen, damit würde es sogar besser gehen, denn meine Super Einheiten STR sind deutlich besser als meine Extreme Einheiten. Das ist mir auch aufgefallen, als ich das Team zusammengebaut habe. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte halt dieses Team einfach zeigen, damit ihr seht, was Janemba tatsächlich macht. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, einen Super Saiyan 4 Goku als Freund zu nehmen, denn er gibt zumindest das Ki plus 1 und Lebenangriffverteidigung plus 50. Das heißt, ich werde hier vielleicht ein paar kleine Ki-Probleme haben, aber den sollten wir aus dem Weg gehen können. Also Omega Shenron ist mit am Start, denn der ist von meinen STR Einheiten immer noch, Extreme STR Einheiten immer noch eins der besten. Dann natürlich der STR Janemba mit am Start und dann haben wir noch meinen, noch nicht LR Broly. Ich habe tatsächlich einen LR Broly als Freund gesucht, habe letztens vorhin noch einen gefunden, aber jetzt nicht mehr. Ja, Omega macht hier gleich einen Additional Attack mit einem Crit und es geht darum, dass wir einfach alle Phasen machen. Janemba ist gut, weil er zum einen extrem gut blockt und zum zweiten macht er halt in diesem Event deutlich mehr Schaden. Ihr seht 572 Schaden, weicht der ersten Attacke aus, weicht der zweiten Attacke aus, der dritten nicht, das sind immer noch 6.500. Ich habe aber gerade mal 210.000 Leben, darauf werde ich wohl ein bisschen achten müssen. Dann haben wir hier meinen Rosé mit am Start, den Goku, also meinen, nicht meinen, diesen Freund Goku, ich mache das einfach mal so. So, jo, das dürfte passen, du brauchst 6, ne? Das kriegen wir nicht hin. Schade eigentlich. Das heißt, du wirst nicht Ultini. Das wird ein bisschen spannender für diesen Schwierigkeitsgrad, würde ich mal behaupten. Also, Rosé, der das meiste Carried, das heißt, er macht so viel Schaden, dass er teilweise wirklich hier der MVP ist. Der Super Saiyan 4 Goku, den Android 17, habe ich als Keychanger mit am Start, weil ich tatsächlich nicht so gute SCR-Extreme-Einheiten habe. Und das Event ist nicht besonders schwer, bin ich ganz ehrlich an. Und Perfect Cell habe ich auch noch. So, was machen wir jetzt? So, Janemba in die Mitte, jo, du brauchst dann nur 2, das heißt, du kriegst die beiden. Cell habe ich mit am Start, zum einen, weil das gar keine so schlechte Einheit ist. Und der wird jetzt Ultien, der wird jetzt Ultien, der Ultien auch schon mit Elf Key zum Beispiel. Und ich bin mal gespannt. Damit sollten wir das Event auch relativ einfach schaffen. Also, im ersten Event einfach ein Full-SCR-Team, auch super funktioniert, einwandfrei. Ansonsten, ja, mit den Janemba, den kann man haben, aber ich sage, es ist jetzt kein Must-Have. Aber ich wollte es gerade für das erste Event einmal zeigen. Also, mal sehen, wie schnell wir hier durch sind. Ich glaube, meine Bestzeit liegt irgendwo bei 3 Minuten oder so. So, ja, Cell, danke, dass du jetzt nicht wirklich Schaden gemacht hast und jetzt wahrscheinlich so richtig aufs Pressbrett bekommst. Ja, 41.000 geht aber noch. So, die linken hier alle wie Bombe. Oh, na, 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 na. Ich lasse Rosé lieber Ultien, weil bei dem weiß ich ganz genau, dass er Schaden macht. Oh, und Broly darf auch mal Ultien, oh, nicht schlecht. Wenn ihr euch fragt, warum hast du einen LR Broly, der noch nicht LR ist? Ja, weil ich nicht genug Geld habe. Das ist die einfache Lösung. Ich habe echt tatsächlich einfach zu wenig Zenny bis jetzt fahren können, um den endlich zum LR zu machen. Aber es bringt, ist auch kein Problem, denn wir schaffen es relativ einfach mit dem Rosé wieder. So, jetzt haben wir hier das einmal da, einmal da und das passt. Janemba, du darfst Ultien. Also, hier ist es eigentlich relativ einfach zu Ultien, dank C-17, der alle Key. Ich meine, er wechselt Agility zu Rainbow, deswegen habe ich den auch hier mit drin. Und Janemba blockt, macht Schaden, weicht aus, ist hier wirklich keine schlechte Einheit. Besser als bei dem Vegeto Event, was wir in einem anderen Video uns auch genauso angucken werden. Da sollte es einfacher für mich sein, den zweiten Leader zu finden. Kam ja mehr an Final Flash. Uh, nice. Final Kam ja mehr Flash oder so. Für 33.000. Ja. Aber wobei, das hat gerade mal eben das Hälfte des Lebens gekostet. Ich muss gleich ein Item reinschmeißen. Was ist hier los? Oh ja. Mach dein Witzschaden, C-17. Ich muss auch sagen, mein Cell, mein C-17 und ich meine auch mein Janemba sind noch nicht mal Max Level. Nur damit ihr so ein bisschen die Verhältnisse versteht. So, dann haben wir es so. Ja, ich brauche wieder... Ich kriege dann... Doch, doch, das wird jetzt funktionieren. Ich hau mal vorsichtig, wenn wir sein Suburne rein. Einfach nur, um sicher zu gehen. Ich habe keine Lust, die Erzieher zu sterben. So, die einmal. Und die. Und Cell kriegt nur zwei. Damit macht er seine 11-Key-Attacke, wenn er überhaupt dazu kommt. Und viele von euch, die vielleicht fragen, warum machst du das? Einfach andere Teams. Einfach nicht immer nur die Top-Teams nehmen, damit es auch ein bisschen langweilig. Und vielleicht ein Team, was jemanden sich zusammenbauen kann, der eben nicht die besten Einheiten hat. Also, wenn ihr den Janemba habt, ist es eine gute Alternative. Rosé denkt sich, nein, ich möchte nicht, dass Goku überhaupt dazu kommt, anzugreifen. Ich greife zweimal an. Und damit habe ich das auch durch. So, 20 Ausdauer, durch. Das war's. Die vierte Phase gibt es nicht. Ihr bekommt zwischen, ich glaube, zwei und sechs Awakening-Medaillen. Ich habe schon mal sechs bekommen. Und wir gehen jetzt zu dem 25-Ausdauer-Event. Denn dort gibt es immer die sieben Medaillen. Und dort gibt es auch den letzten Stage. Dort sieht mein Team ein bisschen anders aus. Ich nehme Janemba trotzdem mit für die ersten drei Phasen, aber ich nehme ein Rosé-Team mit. Warum? 4 Minuten und 44 trotzdem mit diesem schlechten Team. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, gehen wir mal dann direkt rein. Ausdauer 25. Suchen uns hoffentlich relativ schnell einen STR-Rosé-Freund. Das ist Level 1, den will ich nicht. Muss ich auch wieder jumpen. Also, STR-Rosé sieht man auch nicht mehr so oft, wie man sie mal gesehen hat. Was ich ein bisschen schade finde. Ich habe vorhin einige gesehen beim Suchen. Ich glaube, das ist wieder ein Level 1er. So, den machen wir noch zu Ende. Ja, hier machen wir wieder einen kleinen Cut, bis ich einen STR-Rosé-Freund gefunden habe. Und dann geht es gleich weiter. Und da sind wir wieder. Ich habe einen STR-Rosé-Freund gefunden. Nachdem das Spiel einmal abgestürzt ist. Ich habe meinen Boss-Rush-Mode rein musste, um die Friendslist zu aktualisieren. Also, das mit der Friendslist, das geht mir immer mehr auf den Sack. Und Rosé ist jetzt auch keine schlechte Einheit oder eine Einheit, die es eigentlich so selten gibt. Aber in der Zwischenzeit hatte ich dann einen SA-10, STR Janemba, einen Broly gefunden, die ich vorher gebraucht hätte. Aber ich sage ja, es gibt ja ein Update. Ich glaube, in dessen JP noch nicht raus. Ich hoffe, dass es das deutlich verbessert. Aber schauen wir mal. Also, wir sind jetzt bei den 25 Ausdauern. Und das Team ist immer noch mit Janemba mit dabei. Und auf STR schon etwas ausgelegt. Wen habe ich mit am Start? Einmal Ella Goku Black. Warum? Er heilt mich. Dann, ja, ihr braucht ja mit einem STR Rosé. Als Lead braucht ihr ja von jedem Typen eine Einheit. Bedeutet, ich brauche einen Int, einen physischen, einen Agility und einen Tech-Typ. Und deswegen habe ich Ella Goku Black, der dann mit dem Rosé sich verlinkt. Ich habe Kid Buu, weil das ist meiner Meinung nach die beste Extreme-Int-Einheit. Dann habe ich meinen Marge Vegeta. Und wenn Kid Buu hier im Nachteil ist, ist natürlich ein bisschen doof. Und dann habe ich den STR Janemba und noch einen STR Rosé als Friendly dann mit am Start. Und als physische Einheit, glaube ich, habe ich den Omega-Schenro. Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, werde ich aber gleich gucken. Und kriege direkt am Anfang so übelst aufs Fressbrett, wie es aussieht. Damit es einfach mal zeigt, ja, schön, dass du so lange gesucht hast. Bringt nichts. Du musst gleich ein Item schlucken. Ah. Manchmal habe ich Glück, dass die Jungs sich denken, ja, wir brauchen gar nicht. Ähm. Ähm. Der Rosé ist ein bisschen besser. Ich habe 104... Ach, ich lebe gefährlich. Ist mir sowas von egal. Äh. Ich habe gerade überlegt, ob ich nochmal heile, aber tue ich nicht. Ich nehme einfach nur die Sphären, die ich brauche dafür. Ist natürlich ein bisschen doof gewesen, dass beide Rosés in der zweiten Router waren und ich überhaupt keine Einheit hatte, die dann gut blocken konnte. Aber diese Phase könnte jetzt auch schon durch sein. Das heißt, die zweite Phase. Janemba kommt in der dritten dazu. Der kann ein bisschen blocken. Ja, die ist auf jeden Fall durch. Danke, Rosé. Ähm. Mit ein bisschen Glück kommen sie auch nicht dazu, zu Ultim. Ähm. Und dieses Team ist meiner Meinung nach, man könnte auch mit einem Realm of Gods Team das Ganze wieder machen. Aber wenn man Janemba mit einbinden möchte, ist so ein Rosé-Team für die 25 Ausdauer auch eine ganz nette Sache. So, da haben wir Janemba, der Block da. Äh. Darf sogar Ultim, das ist auch ganz nett. Du darfst auch Ultim, das ist auch ganz nett. Du darfst nicht Ultim, das ist nicht so nett. Aber das macht nichts, weil du würdest sowieso keinen Schaden an denen machen. So, Janemba, zeig mal, was du kannst. Also 10.000. 10.000 ist nicht wirklich viel. Der macht ein bisschen mehr Schaden an denen, denn hier in dieser Phase hat er noch den Vorteil, puh 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 puh. 851.000, mein Janemba ist SA 3 oder 4 nur. Noch nicht mal für den Full Level. Also dafür ist es schon ganz gut. Äh, Elagoku Black war nur für den Heal leer ein bisschen da. Hoffentlich wird er nicht geultiht. Nein, wird er nicht. Dafür kriegt er keinen Schaden. Und Kid Buu macht nochmal einfach nur ein bisschen was, weil dafür ist er auch gar nicht da. So, Rosé kommt da rein. Rosé, du brauchst das Omega. Du kriegst das alles schön für die Dokkan-Attacke und ein bisschen Heal zu bekommen. Damit dürften wir auch diese Phase durch haben. Keine Ultis, also kein Item. Ha, 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 von wegen Koko und Vegetal. Zack, 1,6 Mille. Damit haben wir auch die Phase durch. Und jetzt kommt die Fusionsphase und hier wird Janemba jetzt sinnlos. Ähm, also sinnlos nicht wirklich. Ähm, sinnloser als vorher, würde ich mal sagen. Warum? Hier hat er halt seinen Vorteil nicht mehr so wirklich. Äh, wir machen folgendes. Du kriegst die beiden. Du kriegst die grünen. Und Janemba braucht nur einen. Da. Er macht immer noch Sinn, denn er kann gut blocken. Ne, ich werde jetzt da hinten dreimal von, ähm, Gogeta angegriffen. Da ist, äh, Janemba eine richtig gute Einheit. Er kann ausweichen, hohe Dodge-Sounds. Und er kann halt den ganzen, äh, auch noch relativ gut blocken mit seinem Guard. Das heißt, er macht definitiv Sinn. Auch Rosé macht Sinn, weil er critet einfach mal unglaublich gerne. 1,2 Mille wieder. Die Animation von Gogeta ist ziemlich cool gemacht. Und macht nur 46.000 Schaden. So, du wirst keinen Schaden machen. Ja, ich sag mal, ein Ella Goku Black bräuchte mal einen Dupe oder so. Also, Superattacke, glaube ich, habe ich auf 10. Ah, doch, 603. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, und Janemba macht in diesem Team 510.000 standardmäßig mit der Superattacke auch definitiv kein schlechtes Team, äh, keine schlechte Einheit. Und jetzt seht ihr, blockt für 5.500 die meisten Schläge und kann theoretisch auch ausweichen. So, das machen wir dann jetzt auch richtig schlau. So, mhm, er wird mich nicht töten. Das lassen wir uns einmal so. Einmal so. Und einmal so. Damit Ultien alle. Und, ich glaube, es wird noch nicht ganz lang. Es kommt drauf an, ob Rosé wieder critet oder nicht. Und ob Omega-Schein-Rong 2 Superattacke macht oder nur eine plus eine normale Edition. Ah, nicht gecritet. Ah, wo nur gecritet hätte, das ist definitiv gelangt. Und er kriegt wieder die, äh, Ulti ins Gesicht. Dürfen auch nochmal so 50.000 werden, aber ich hatte 190.000 Leben. Das reicht. Aber sehr coole Animationen. Ja, 45.000. Omega, zeigt, was du drauf hast. Pui. Biuu. Jupp, und damit haben wir das Event auch geschafft. Ihr seht, kein schweres Event mit den richtigen Teams natürlich. Aber wie gesagt, ein Full-SDR-Team hier funktioniert auch einwandfrei. Egal ob Super oder Extreme. Habt ihr in Janemba, versucht es mit reinzunehmen. Nicht den In-Janemba, der ist hier im Nachteil. Deswegen, der dürfte noch ein bisschen Schaden abbekommen. Aber der ist der SDR Janemba. Ist auf jeden Fall gut investiert. Das wird gewesen sein. Ich werde hier mal ein bisschen weitermachen und euch auch das andere Event bringen. Macht wieder beide mit zwei für unterschiedliche Teams. Wenn euch sowas gefällt, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und ihr könnt euch gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dokkan-Battle-Playlist anschauen und mich selbstverständlich abonnieren, falls ihr auf Anime, Anime-Games und Fighting-Games steht.